So es wird Zeit die Kerzen auszublasen und zwar indem wir zuerst einen Kuchen machen. Eine weiße Tochter. Tochter. In der Zeit lernen Hendrik und Finn sich besser kennen. Das ist doch perfekt vom Timing. Wie der Vater, Sohn, der Sohn. Da lernen die beiden sich von Finn hier. Wer? Ja, was hat Hendrik? Die? Das ist seine Schwester. Oh shit, das ist jetzt Paradox. Oh, aber wenn ich das gerade richtig sehe. War nicht so der Hit. Nee, Finny hat sie kennengelernt und das ist anscheinend nicht so der Burner. Wo sind die Plagen hin? Die tanzen. Die cool. Stell mal einen dazu, dass der schnell mittanzt. Äh, warte. Hier mit Finn tanzen. Dann haben wir drei. Oder geht Wurst schon hin? Ja, Wurst kommt. Tanz mal ne Runde. Zeig mal wie es geht, Junge. Ja, ja. Ja, sehr cool. Und jetzt sogar vier. Was machst du denn da? Zeig die Hüftschwung. Erwachsenen einen Toast ausbringen lassen. Erwachsenen. Okay. Alles klar. Oh, guck mal. Jetzt rappelt sie aber am Karton. Sims gleichzeitig Stand-up sehen lassen. Okay. Ah, ich glaube dafür brauche ich ein Mikro, oder? Das kann Busty machen. Ich weiß es nicht. Klicke mal auf Busty drauf. Vielleicht kann er das dann so machen. Von sich aus. Weißt du? Nee. Nee, kann er nicht. Shit. Und wenn er hier irgendwo hinstellt, irgendwo hinklickt. Aber ich vermute mal, ähm, brauchen dafür... Mikroform. Ja. Die Party wird echt zum Kosten, äh... Mhm. Da. Ach, es geht ja. Das hält sich ja in Grenzen. Schönes goldenes Mikro, natürlich. Mitten in der Raum. So, ne? Weil... Ja. Oder andersrum, da ist die Leute so rum. Okay. Dann rollen wir mal. Wie ist das mit dem Puls? Wie ist das mit dem Puls? Wie ist das mit dem Puls? Komm, wir sind ja drüben. Wir müssen am Computer geschrieben... Shit. Da mach Witze aufzählen. Ja, aber das ist ja hier... Ja, vielleicht zählt das Witzelzene auch dazu. Sims gleichzeitig. Ja, das ist, wenn viele Leute hinzugucken, halt. Okay. Oh, du musst zum Klo. Ist der Kuchen fertig? Ja. Ach so, ja. Da müssen wir Kerzen reindrücken. Genau. Genau. Äh, Geburtstagskerzen hinzufügen. Bevor die da jetzt ein Stück von nehmen. Ja, richtig. Das ist der Caterer. Der braucht wohl so eine Caterer-Aktheke. Shit. Das guckt gerade gar keiner zu, glaube ich. Sehr erfolgreich. Ah doch, jetzt hier, die Caliente. Ah, zwei jetzt. So. Future, du gehst zum Klo. Abfeiern. Nein, du musst erst mal zum Klo. So, und Burstie. Äh, Luina, 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 du musst hier Vorführungen ansehen. Dann haben wir. Das ist Stress, ey. Alter, das ist... Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie soll man das denn? Da, geschafft. Alles klar. Burstie, nur instant auf. Und du musst jetzt die... Kerzen ausblasen. Kerzen auspusten. Ja, du hast... Du hast... Du hast... Kerzen auspusten müssen, ja. Aber mit etwas wünschen. Ja, jetzt nicht du, Nina. Also wirklich. Finn, nein, du brauchst jetzt nichts essen. Burstie! Du musst hier die Kerzen auspusten. Warum denn Burstie? Das kannst auch du sagen. Oder muss ich das machen? Du hast den Klo gemacht, Junge. Ah, okay. Dann muss ich das so machen. Aber ich sauch mir grad einen. Wer ist der Hit? Wer macht denn jetzt hier? Sie? Ich hoffe nicht. Sich etwas wünschen? Ja, du musst doch Kerzen auspusten und nicht sich was wünschen. Äh, Kerzen auspusten, okay. Dann los, Future. Warum warst du denn noch nicht zum Klo? Keine Ahnung. Komm, jetzt geh pusten. So, tu es. Hat es funktioniert? Ich glaube, ja. Äh, irgendwie nicht. Doch! Schnauze wird ein Erwachsener. Nee, deine Klauze ist weg, dir. Erwachsen sein. Träume verwirklichen. Die Planung des Ruhestands um die Mitleifgleiche. Ich war... Oh, scheiße. Das ist der perfekte Zeitpunkt, damit wir zu Beginn auf das lebenslange Ziel hinzuarbeiten. Aha, okay. Direkt neue Kerzen rein. Ach, guck mal. Jetzt ist schon Party perfekt. Jetzt könnt ihr alle Kuchen essen. Ja, wir müssen auch noch auspusten. Direkt neue Kerzen drauf und nochmal auspusten. Ach, ja. Wir müssen halt schnell abarbeiten. Schnell, Luina. Schnaull. Geht ansp... Was ist denn los? Hast du jetzt... Tu mal Kerzen drauf, da. Die sie nicht hört, ne? Oder muss ich dafür extra nochmal einen neuen machen? Ja, wahrscheinlich. Ach, nee, sie tut es, glaube ich, jetzt. Aber erst mal sitzt sie noch rum. Zack. Direkt auspusten. So, und jetzt direkt in seinen Kerzen auspusten. So, mein Gott, ey. Das ist Horror, so eine Party. Danach ist dann Burstyn dran, ne? Oh, Schatz. Jetzt habe ich gerade einen Scream gemacht. Ja, so. Burstyn muss auch noch. So, Burstyn, Kerzen drauf. Ja, ja, das ist wie dasselbe. Kerzen hinzufügen, Burstyn. Was? Boah, wie die nicht hören, das regt mich auf. Was ist denn jetzt los? Da, Kerzen hinzufügen. Warum nicht? So, Luina. Kannst du noch hinzufügen? Kann erst mal aufräumen. So. Ach, die Leute haben sich ein Stück Kuchen genommen. Aber die Party ist auch vorbei. Ich bin erwachsen. Okay, gut, dann backen wir halt nochmal einen Kuchen. Aber instant sind die Gäste alle weg, siehst du? Ja. Und die Wohnung sieht aus wie scheiße. Richtig. Also das haben wir in unserem Freundeskreis eigentlich nicht, finde ich. So, Finn, jetzt kannst du ein Stückchen nehmen. Ja, haben wir jetzt irgendwas dadurch erreicht, dass die Party voll der Hit war? War die denn der absolute Hit? Ja, die war im letzten Drittel. Ja, das haben wir bekommen. Das ist für mich ja kein Elektro-Dings. Ach nee, das stand doch gar nicht dabei. Das war bei der Hausparty. Ja, bei der Großartsparty stand da, du kriegst was fürs Schlafzimmer. Ja. Dann haben wir es bekommen. Wahnsinn. Eine Kommode. Ja. So. Alter, wie hier alles am glänzen ist. So phänomenale Qualität ist es hier. Ach ja. So, Party ist vorbei. Erstmal den ganzen Rotz wieder verkaufen. Zack. Ja, das können wir eigentlich lassen, oder? Weiß nicht. Oh, es ist gerade irgendwas passiert. Nichts Schlimmes. Sagst du. Wenn da irgendwo Geld hochkommt, dann... Ey, Böstiges Zimmer ist voll die Partyhöhle, ey. Alles Mögliche, was da drin steht. Ja, weil er die abgestellt hat. So, ja, wir haben da gerade die Dings verkauft, deswegen. So, Finn, wie geht's dir? Wie weiß man, wenn ein Stück Kuchen ist? Ein Stück nehmen. Also, äußerlich haben die sich irgendwie nicht verändert, ne? Nee, aber ich glaube, deine Rampe ist weniger geworden, Tiger. Keine Ahnung. Nein. Doch nicht. Dein Bottich? Den sieht man meistens von hinten, weißt du? Das hat so ein Pupo so an sich. Den guckst du dir auch gerade genau an. Ich habe jetzt eine richtig schöne Figur bekommen. Und schön offenbar parappern. Alter, ich habe so einen Nicki Minaj-Arsch hier. Guck dir das mal an. Hey! 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 Ne, dann will ich nicht älter werden, wenn ich so einen Arsch kriege. Da brauchst du nur ein Kind für kriegen, dann hast du auch so einen Riesen-Arsch. Ja, du bist ein Freistax. Ach, schön, Luina räumt auf, göttlich. Fini, dir geht's gut, du bist jetzt... Was ist passiert? Du bist... ...sehr energiegeladen. Alter. Guck mal, das Bild unten, Alter. Hallo, Urs. Das ist die Tür. Ja, das ist in der Tat eine Tür. Ich klopfe jetzt mal an der Tür. Ach, guck mal, kann das sein, dass die Party, weil die gut war, dass alle das so ein Hit war für die? Ja, schon. So, Future, wie wäre es, wenn du auch mal ein bisschen aufräumst? Echt mal, jo. So, du kannst du... Kann klein Fini jetzt eigentlich mit Hendrik... Der kann ja mal erst ein Lass schicken. Geil. Was, Handy? Ja, die plaudern jetzt mal erst, die zwei, ne? Jo, was geht, Bro? Was machst du, Luina? Du sollst aufräumen. Aufräumen. Lass das Blach telefonieren. So, Bürsti, wie geht's denn dir? Du bist noch gar nicht erwachsen, Bürsti. So, erst mal aufräumen. Und dann... Weil der ist noch nicht erwachsen, ne? Wir brauchen eine neue Tochter. Der muss. Dann kochen. Tochter. Äh. Hm? Hab ich gesagt, wegschmeißen? Ja, aufräumen. Scheiße. Ich wollte es weglegen. Egal, gibt jetzt eine neue. Voraussichtlich. Ach, guck mal, ihr zwei hier. Jetzt kommt Mama. Oh ne, ich wollte gerade romantisch mit... Hallo doch nicht vor den Kindern. Tut, ähm. So, Luina, räum mal weiter auf. So, dann sind wir hier. Ja, Urst. Was soll ich dazu noch sagen? Boah, ey. Ey, das war rot bei Urst. Euren Freundschaftsstatus. Geh mal auf, Luina. Guck mal. Oh, wir sind nicht gerade freundlich zueinander. Was ist denn da los? Nähert sich das etwa langsam der Realität? Was? Eigentlich... Na, eigentlich komme ich ja ganz gut mit Urst zurecht. Manchmal zieht ihr euch schon an. Ja, schon. Aber... Schlimmer ist Bürstie und Urst eigentlich. Schon. Von Totten. Sehr konzentriert. Ich bin sehr konzentriert. Was soll das? Wie gucke ich denn da, Junge? Sehr konzentriert. Weder Freund noch Feind. Einfach eine ganz normale Beziehung. Ah, jetzt. Ah, jetzt ist... Anscheinend haben wir uns einmal angeweeft. Für Geburtstagskarten in Kerzen. Weißt du, Bessie ist so forever alone in seiner Ecke. Ja. Hey, ich feiere Geburtstag. Will jemand? Ja, okay, gut. Irgendwie ist das traurig. Ja, aber das mussten wir halt gerade so machen. Weil eigentlich sollte er ja... Aber gut. Weglegen. Das ist die richtige Akte. Also, immerhin weiß ich jetzt, wie wir ja hingehen und das richtig machen alles. Für die nächste Party. So ist es. Da muss man echt am besten schon drei Kuchen vorbereiten mit Kerzen drauf. Ja, ja. Im Prinzip schon. Also, jetzt sind Oost und ich auf dem besseren Weg. So, haben wir noch Zeit für die Aktion? Ja, haben wir. Ja, aber ich weiß gerade nicht, wie fit ihr seid, alle, Mann. Die beiden geht's... Also, ich bin sehr... Mein Bangalor ist sehr energiegeladen. Ja. So. Wie machen wir das denn am besten? Reisen mit. Reisen mit? Aber kann man denn da jemanden zusätzlich noch einladen? Deswegen steht da Reisen mit. Bist du sieben andere Sims, Junge? Das muss Burstie machen, weil der uns alle kennt, glaube ich. Ah, stimmt. So, Burstie, dann machen wir jetzt mal hier einen schönen Ausflug. Reisen mit. Hendrik, Future und Finn. Und ab geht das. Bei einer Abend, abends um zehn nach sieben. Klar, da geht man immer auf den Spielplatz, ne? Da geht man immer auf den Spielplatz, ist sicher, sicher. So, du wolltest in die Wüstenstadt und hier zu dem, ne? Ich glaube, ja. Ja, das ist der einzige Park. Okay, okay. In der Nachbarschaft lebt außerdem Hendrik. Echt? Ja. Ah ja, stimmt. Bei den Calientes. Calientes, ja, Hendrik Caliente. Ah, lad, lad, lad. Schon lange, ne? Dafür, dass sie gesagt haben, die Ladezeiten werden verkürzt. Haben sie gesagt? Ach, das lädt aber extrem lange jetzt gerade. Ja, das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade ein paar FPS-Probleme habe. Ja, da hast du ja nur 120 Frames. Ist ja voll wenig. Ja, nee, also. Hm, ich weiß nicht! So. Gesichtsgeometrie. Ah, geil, da müssen wir jetzt erstmal spielen. Ja, die beiden auf dem Spielplatz, ne? Wo sind die anderen? Ach, nee, die sind irgendwo. Und wo ist Hendrik? Wo sind sie denn alle? Warum kann man die denn nicht steuern? Doch, kann ich ja. Ich weiß nur nicht, wo ihr seid. Aber wo ist der Kleine? Der Hendrik? Den können wir nicht steuern. Da seid ihr! Da ist Hendrik! Siehst du, der ist nicht steuerbar. Ne, klar ist er nicht steuerbar, weil er nicht aus unserem... zur Familie gehört, quasi? Ja, nicht in unserem Haushalt ist. Schätz. Ach, guck, die spielen schon von alleine. Sehr gut, dann können die Federer ja jetzt ein Angel-Teich gehen. Du spielst nicht mit, Fuget. Meinst du hier den Teich? Ich meine, ja. Ist das der nördlichste? Angeln gehen. Zeig mal, gibt's hier noch einen Teich, der noch weiter oben ist? Ne, da muss es... Äh, warte. Ist da irgendwo noch ein Teich? Ne, da kommt da nur eine Felswand. Da ist noch was. Da kann man nicht angeln, oder? Doch, da. Da muss man Angeln gehen. Okay, dann geht ihr zwei da mal angeln. Aufsichtspflicht, scheiß drauf. Ja, ne? Dann gehen wir mal derzeit zu den Kindern. So. Wo ist er denn? Hendrickson, wo ist er denn? Was ist da ein Gericht nehmen? Ach, hat irgendjemand gekocht? Gönnt euch, Kinder. Er soll zwar nichts von Fremden nehmen. Wo ist er? Keine Ahnung. Hat er sich auch was gegönnt? Der hat sich auch was gegönnt. Was gibt's denn hier? Hamburger. Hamburger, ja gut. Können sie beide nicht Nein sagen. Ach, guck mal, wie gut. Die setzen sich an einen Tisch. Wie genial. Ah, ihr habt die Angelfähigkeit erworben. Du und Bösten. Die Gruppe ist erst gehen, sie spielen. Und auch, komm, lass mal was essen gehen. Dieser Gesichtsausdruck. Ich wollte ihn eigentlich gerade festhalten. Dann esst ihr zweimal, ihr Süßen. So, die Väter sind beschäftigt, schön. Luina ist zu Hause, muss ich mich um die nicht kümmern. Sehr cool. Was machen wir denn mit den Zweien jetzt mal? Natürlich würde sagen, was die mal machen, oder? Einfach nur mal so machen und dann... Die werden sich schon verstehen. Scheint zum Ende gerade so. Auf jeden Fall ist Finny sehr selbstverliebt. Er redet gerne von sich selber. Und warum machen es dann? Weißt du... Wie gut. Die Reaktion. Also, es ist eine andere gute Geschichte, was er erzählt anscheinend. Also, Henrik redet lieber über Milch. Wie kann das sein, dass der ein Burger isst? Achso, okay. Also anscheinend schmeckt der echt scheiße. Future hat einen guten Fang gemacht. Eine Ellritze, Gewicht... Ah, dann fangen wir weiter. Burstie auch. Auch eine Ritze. Aber seine ist schwerer. Seine. Hat Burstie den ersten Wettbewerb, ne? Äh, genau. Gewonnen. So, habt ihr bald mal fertig gegessen? Ne, wir essen lange. Wie sieht's bei den beiden aus da drüben? Sind die noch am Angel? Was ist das für eine Kette? Future hat so ein von, dass Kuhpflanzen wäre. Das war das, was wir in der letzten Folge angesprochen haben. Äh, mal gucken, ob Burstie das jetzt auch noch schafft. Weil das ist... Jetzt steht es eins zu eins im Prinzip. Schon. Oder machen wir eine Challenge nur was bezüglich... Fischen. Fischen. Aber das Lustige ist, ich meine, können wir nicht sogar überall einfach dieses... Diese Pflanze pflanzen? Keine Ahnung. Man muss sich halt drum kümmern, ne? Und wer weiß, ob die Randoms uns was machen. Eine pflanzbare, rinderartige Frucht. Voll gut. Aber so langsam... Oh, oh. Ja. Ich bin halt müde. Kinderfreundliche Websites durchsuchen. Ja, eine Runde. Weil das Essen war scheiße. Ja, ist halt was Besseres, wenn man die gewöhnt, ne? Ja. Wo ist Hendrik hin? Wo ist die? 21 Kilo. Das soll's... Oh Gott, die Kinder. Die werden doch entführt. Die beiden unterhalten sich jetzt einfach erstmal ein bisschen noch. Wir haben schon 22 Uhr. Die Kinder sind jetzt beiden scheiße. Das ist die Strafe davon, dass ihr einfach irgendwelche fremden Bürger fresst. Esst. Ihr Schweine. Wir haben schon 22 Uhr. Die müssen ins Bett. Ja, machen wir jetzt gleich. Mal Probleme beschweren. Kommi-Figur zitieren. Kennenlernen. Da hat Bessi schon wieder steht 2.0-Tiger. Schon. Aber ich hoffe, die sind auch in einer Klasse. Weiß ich nicht. So gute Frage. Oh, sozial erreicht. Schön, jetzt können wir über den... What does the Fuchs say? Was? Er hat gerade vom Fuchs erzählt. Ach so. Das hab ich nämlich nicht gesehen. Ich denke so... Oh Gott, was geht jetzt ab? Was hab ich getan? Beschimpfen. Nee, das würde er Hendrik machen, wenn er auf den Papa kommt, ne? Ha, ha. Ja, boi. Bessi, 10. Führts ja zu ihm. Ne Geige geangeln. Ja, boi. Du bist ultimativ im Angeln, Tiger. Dich sollten wir häufiger angeln schicken. Du findest nur kranken Shit. So, ich glaube, jetzt geht's aber. Gehen wir doch mal. Gehen wir nach Hause, ne? Hab nach Haus. Alle Mann. Und Henry bleibt alleine im Park. Bessi hat Level 2 erreicht vor dir. Gehen sie jetzt alle nach Hause? Ja, eigentlich schon. Also, du musst erstmal auch mit dem Angeln, damit er nach Hause geht. Du hast auch Level 2 erreicht. Und diesmal hast du... Übelst leicht einen Fisch gefangen. Nee, sonst waren immer nur 10 Gramm. Aber es hat immer 21 und 20. Aber ein Zehner, glaube ich. So, geht's jetzt nach Hause? Weiß ich nicht. Sind alle zu Hause? Ja, jetzt geht's nach Hause. Naja, sind auch im Weg nach Hause. Ja, geht's. Nein, Hendrik! Finn. Finn, nachts allein im Park. Nach Hause. Nach Hause. Nach Hause. Ihr sollt alle nach Hause. Ui. Ui. Das Ländermann kommt gleich. Achso, gehen die alle jetzt nacheinander nach Hause? Achso. Weil das ein Gruppenausflug ist. Und Hendrik? Der geht allein nach Hause. Oh. Nächstes Mal laden wir die Erziehungsberechtigten mit ein. Die kleinerin. Hä? Pennerin. Meinst du? Ja, vielleicht. So, Hendrik ist zu Hause. Und Future, wie wär's, wenn du jetzt auch mal langsam nach Hause gehst? Echt mal jung. War ein toller Ausflug. Im Prinzip schon. Die Blanken haben sich kennengelernt. Wir waren ein bisschen angeln. Das stimmt, ja. Ein Spaß für die ganze Familie. Du hast eine Geige geangelt einfach. Finde ich spektakulär. Spektakulär. Vor allen Dingen, weil jetzt hier eine Geige da ist. Die können wir doch verticken. Oder nicht? Wollt ihr die Kuhpflanze anpflanzen? Ja, aber schön weit weg, oder? So ganz am Rand von unserem Grundstück. Ich weiß nicht, müssen wir mal gucken. Ne, wir können ihn nur auf unserem Grundstück pflanzen. Was? Können ihn nur auf unserem Grundstück pflanzen. Ja, aber da am besten hinten bei diesem Karree, weißt du? Wo die anderen Kräuterfreunde standen. Das ist aber nicht mehr unser Grundstück. Weil da konnten wir doch hinlaufen ohne Ladebildschirm. Richtig. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob wir da das anpflanzen können. Ja, pass auf. Da machen wir so eine Art, so einen Gartenzaun-Karree mit so einem Törchen, was wir abschließen für fremde Sims. Dass wir nur da reingehen können, wenn wir das auch wirklich wollen, weißt du? So einen Sicherheitszaun. Achso. Stehe. Guck mal, wie gut es mir geht. Ich finde, schläft. Ja, du hattest ja auch mal Tag frei, so ohne Leute an sich rum. Ich hatte keine Männer zu Hause. Urlaub pur. Das Bett können wir eigentlich mal verticken, oder? Auch das ja, ja klar. Und weg damit. Zack, weiter geht's. Fürsche, du sollst essen. Luina, du hast ja mal, ne? Das war in der Quatsch. Geh schlafen. So. Ess mal schnell was, Junge. Nimm's halt mit ins Bett. Lecker. Da freut sich die Dame des Hauses. Oh, die sieht gut aus. Warum das denn? Angespannt. Ja, dicke Eier auf gut Deutsch. Ja. Ja, dann musst du jetzt wohl herhalten, ne? Alter, wo stellst du denn deine Teller ab? Das erinnert mich stark an zu Hause. Ach ne, Burstie. Wach auf, du musst doch... Ja, du hast komm. Ne, ich mach's den ja. Oh, shit. Wäre so lustig gewesen, wenn der jetzt extra aufgestanden wäre. Wäre wütend, wenn der dann die Scheiße repariert hätte. Sehr wahrscheinlich hätte er sich richtig kaputt geschlagen. So, schlafen jetzt alle? Ja. Wer ist am nächsten, als erstes, am fittesten? Luina. Warum? Ja, damit ich Vollspeed geben kann und sehen kann, wer zuerst aufsteht. Das ist meistens der, wo der Schlaf als erstes voll ist, ne? Ja. Richtig. So. Siehst aber auch, wenn das Bildchen sich unten ändert vom Blau in irgendwas anderes. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Das weiß ich nicht. Das macht Sinn. Verdammt, ich hab's vergessen. Ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Ähm, ne, was wir eigentlich sagen wollten, ist auf Wiedersehen. Das wollte ich sagen. Dein Ohr leuchtet durch die Sonne. Warum? Das hat mich gerade so angeleuchtet. Ja, auf jeden Fall, äh, schüss. Wir gucken mal, dass wir vielleicht demnächst mal einen schönen Ausflug nur mit den beiden Jungs machen. Mal gucken, was die denn, ich glaub schon. Oh yeah. So nach der Schule oder so. Auf jeden Fall ist ja hier am nächsten Tag der erste Schultag. Stimmt. Und das ist doch ein guter Ausblick. Bis zum nächsten Mal, Junge. Tschüss. Tschüss.